Seid ehrlich? Kann ich Top-9 direkt gehen? Ja! 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 Ja, na! Ach du Scheiße, nein... Warte, die fressen die Glamen an dir jetzt! Nein, nein... Ich geh ins Bett. Okay, im Brasilien, kurz weg! Oh mein Gott! Was? 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 Was?! Was passen? Alter, willst du mich verarschen? Der kann doch nicht einfach... Schau mal, der ist mit beiden Füßen in der Luft. Was macht denn dieses Spiel mit uns, Leute? Das ist doch... Ey, Schwerkraft? Nee, gibt es nicht. Die Physik in FIFA gibt es keine physikalischen Gesetze. Die sind komplett außer Kraft. Physikalische Gesetze in FIFA sind außer Kraft. Das kannst du vergessen. Der geht einfach nach rechts. Goretzka ist mit beiden Beinen schon in der Luft. Schau mal, der springt förmlich so. Ui! Und dann auf einmal... Der ist doch euer Freund. Ja! 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 Dings machen. Kontakt halten. Boah! Was für ein Tor! Boah! Boah! Oh! Walkout! Icon! Das ist ein Icon! Ne! Okay, sah so aus. Doch! Das ist ein Icon! Oh mein Gott! Ich hab doch gesagt, das ist ein Icon! Nein! 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 Oh! Nein! Digga, klippt das! Was war das denn? Oh, was hat... Da hat Dave doch mal so ein Intro nachgemacht, oder? Oh, Jo! Ey, guckt euch das an! Klippt das! Streamer hat ja eigentlich immer recht. Hohohohohohohoho. Das war doch meiner! Ah, ich weiß! Ich weiß, ich weiß, dass du mit mir... Tch, 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 tch. BABY THE STYLEIT Oh Gott So So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Digga, es war so klar, dass er das macht mit Rooney. Diese EFV-Schüsse sind so gefährlich. Oh mein Gott! Oh, ich habe noch nie so eine kranke Parade gesehen, ehrlich. Ich habe noch nie so eine kranke Parade gesehen. Das Spiel gerade eben war wieder so heftig, das kannst du keine machen. Es ist so verdient, dass Oblak den hält. Bro, du kannst mir nicht erzählen, dass ein Alessandrin in deinem Hermoso mit fast 90 Stärke so wegkommt. Hä? Was? Wo? Workout. Totz? 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 Was? Was? Führen wir den Freischuss natürlich direkt schnell aus und haben hier das Auge für Mbappé. Der geht vorbei an seinem Gegenspieler mit der Schussantäuschung am Torwart vorbei. Goal, Goal, Goal. Wie? Ich mache gar nichts. Digga, Digga. Was? Was? Okay. Mod des Monats. Ja, auf dem ist auf jeden Fall drauf. Hey! Mann, noch ein Clip! Big Wayne ist nämlich schon viel zu viele 85er drin. Digga, Martinez, Alba, Ja, Tots, Junge. Noch ein Tots. Loll, drei Tots drin. Was? Was? Drei Tots drin. Was? Oh mein Gott. Auch anders. Noll. Gigant. Was? Ein Gold-Upgrade-Set und ziehen Tots. Ja, Walkout. Auf Ansage. Lul. Auf Ansage, Tots. Loll. Sogar in Polen. Helik. Was geht, Großer? Wenn du jetzt aufschießt, oh, Ebel. Oh, ich krieg hoß. Oh, ich krieg hoß. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Vielen Dank.